Willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 144, heute zum Thema Amazon Handels- und Verhandlungsstrategien mit dem berühmten Markus Vost, den ich auf der K5-Konferenz dazu auch schon interviewt habe. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Faktor A, das ist eine der größten Amazon-Agenturen in Europa, die machen dieses ganze Marktplatzmanagement für Hersteller bei Amazon, Ebay, Tmall und anderen Businesses, daran bin ich auch beteiligt. Die haben ein White Paper rausgebracht vor einigen Wochen zum Thema Amazon-Marketing-Services, das findet ihr unter kassenzone.de slash Amazon, das ist sehr, sehr hilfreich, da werden auch einige dieser Themen vertieft, die ich gleich mit Markus im Podcast bespreche. Die Agentur selber arbeitet für die größten und renommiertesten Marken, die wir hier in Deutschland finden können, die auch auf Amazon handeln, das sind zum Beispiel Fissler, Garnier, L'Oreal, Osram, Sensionite und viele andere, die wachsen da sehr erfolgreich und schaffen es aus den einzelnen SKUs, die sie da optimieren, auf Amazon deutlich mehr Umsatz rauszuholen. Bei Markus lernen wir auch gleich, was das eigentlich bedeutet, bei Amazon Marktanteile zu gewinnen und nicht nur mit Amazon mitzuwachsen. Schaut mal rein, kassenzone.de slash Amazon, jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Podcast. Herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast, lieber Markus, heute zum Thema Amazon Handel und Verhandlungsstrategie. Sag doch mal den Leuten, die dich noch nicht auf den vielen Konferenzen gesehen haben, wer bist du und was machst du? Ja, hallo Alex, mein Name ist Markus Vost, ich bin Gründer, Geschäftsführer von Vostec & Company und wir unterstützen Markenhersteller in der Steigerung der Online-Marktanteile auf E-Commerce-Kanäle und dabei eben auch unter anderem Amazon, was natürlich ein wichtiger Vertriebskanal für diese ist. Was gibt dir so ein bisschen die Amazon-Kompetenz? Also warum bist du im Vorteil gegenüber anderen Beratern oder anderen Leuten, die man irgendwie fragen könnte? Also ich arbeite seit 2007 mit Amazon zusammen, habe diverse Beteiligungen, die auch seit Jahren mit Amazon zusammenarbeiten. Aktuell fünf Stück, drei davon sind Vendor, zwei im Marketplace-Umfeld. Wir haben jetzt über 80 Marken in der Amazon Handelsstrategie begleitet und dadurch eben branchenübergreifend einen ganz guten Überblick, was da wie zu tun ist. Bevor wir da in die einzelnen strategischen Ausprägungen reinkommen, wir haben ja hier auch mehrere Dutzend Fragen in der WhatsApp-Gruppe gesammelt. Warum braucht man denn überhaupt eine Handelsstrategie? Ich habe ja zum Beispiel noch nie einen Podcast gehört, der aufgenommen zum Thema Karstadt-Verhandlungsstrategie oder Mediamarkt-Verhandlungsstrategie. Also was ist hier neu? Also neu auf der einen Seite ist sicherlich die Gegebenheiten, wie Amazon zu steuern ist, was dort richtig zu tun ist, um Umsatz zu maximieren. Und sicherlich auch anders ist die Situation, wo Amazon herkommt, wenn man zurückblickt auf das Jahr 2007, wo Amazon einfach nur froh war, Premium-Marken-Listen zu bekommen und auf die Plattform zu bekommen. Da war Verhandlung gar kein Thema. Das hat sich über die letzten Jahre eben sehr, sehr stark gewendet. Und das, denke ich, kam sicher auch für den einen oder anderen Hersteller überraschend, wenn man die Historie von Amazon berücksichtigt. Und wie drückt sich das aus? Also ich habe das, also mein Schlüssellebnis war ja im Grunde genommen auch ein Treffen mit dir beim Digital Commerce Day Network. Da saßen wir, glaube ich, irgendwo in Frankfurt in einer Runde mit mehreren Herstellern zusammen. Da hattest du dieses Beispiel von Metabo gebracht. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen, weil du da auch direkt dran saßt. Und dann hatten alle schon so geschluckt, huch, jetzt geht es irgendwie heiß her, weil bis dahin, und bis dahin heißt eigentlich so bis 2014, war Amazon ja immer der große Freund aller Hersteller. Die haben eigentlich ohne Konditionenverhandlung alle Ware abgenommen, haben das Retourenproblem bei sich behalten und waren total nett. Und damit konnte man immer relativ schnell wachsen. Ist das auch so der Zeitpunkt, der aus deiner Sicht und deiner Erfahrung, der sozusagen der Turning Point war, wo man dann anfangen musste, sich tatsächlich strategisch mit dem Thema auseinanderzusetzen? Also so der Turning Point aus meiner Sicht war ein Stück weit so im Jahr 2010, 2011, wo Amazon den Marketplace gelauncht hat und damit eben nochmal einen massiven Wachstumsschub bekommen hat. Und so in der Tat im Jahr 2013, 2014, 2015 dann sukzessive eben die Konditionsverhandlungen oder die Daumenschrauben angezogen wurden. Also so richtig die ersten Schmerzen auf der Herstellerseite, die sind 2014, 2015 losgegangen. Davor war das alles verglichen mit den anderen Vertriebskanälen, wo die Hersteller unterwegs waren, alles noch sehr homöopathisch. Und über welche Größenordnung reden wir denn überhaupt? Also welche Größenordnung kann man umsatztechnisch überhaupt verhandeln mit Amazon? Und gilt das quasi für beide Programmarten, also das Vendor und das Sellerprogramm? Also hier müssen wir unterscheiden. In dem Sellerprogramm hat man grundsätzlich den Vorteil, mit Amazon nicht verhandeln zu müssen, weil dort alle Konditionen standardisiert sind und quasi im Seller Central schon ausgewiesen sind. Also hier gibt es gar keine Vertragsverhandlungen. Im Vendormodell schon. Hier kann man auch wieder unterscheiden zwischen Vendorexpress und dem traditionellen Vendorprogramm. In letzterem sind Verhandlungen üblich. Das Programm ist offen für Markenhersteller, die eine gewisse Größe haben. Und ja, die Frage, ab wann kann man überhaupt Amazon verhandeln? Das ist so ein Punkt, als Hersteller im unteren siebenstelligen Umsatzbereich ist sicherlich die Verhandlungsmöglichkeit begrenzt. Als kategorierelevante Marke. Also unter das siebenstellige Bereich heißt so mit 1-2 Millionen Euro Umsatz über Amazon. Also Ware, die ich an Amazon verkaufe für 2 Millionen Euro, muss ich jetzt gar nicht um das Thema Verhandlungsstrategie kümmern? Also je nachdem, in manchen Kategorien hat man in dem Umsatzbereich noch nicht mal ein Jahresgespräch, weil das in der Tat zu klein ist. So ab mittlere siebenstellige Umsätze, 4-5 Millionen Euro, wird man in den Kategorien ein relevanter Vendor, der dann auch lohnenswert aus der Vendormanager, also aus der Einkäuferperspektive ist, entsprechend nachzuverhandeln, wo der dann auch für sich einen Uplift sieht. Man muss berücksichtigen, so ein Vendormanager betreut zwischen 300 und 700 Lieferanten und braucht in der Regel nur 30, 40 davon, um seine persönlichen Ziele zu erreichen. Wie viele? 300 bis 700 Lieferanten? 300 bis 700 Lieferanten, je nach Kategorie. Und 30, 40 davon sind in der Regel notwendig, um die eigenen internen Ziele zu erreichen. Und ja, kann man sich schon vorstellen, dass er nicht dazu kommt, alle Einzelnen persönlich verhandeln zu können. Okay, gut, damit wir da so ein bisschen Struktur reinbringen, und ich glaube, das wird ja auch eine Podcast-Reihe mit mehreren Ausgaben, zumindest rechne ich damit, wenn ich mir die Fragen in der WhatsApp-Gruppe so anschaue oder im WhatsApp-Kanal, tun wir mal so, als wäre ich so ein Hersteller, der was an Amazon verkauft. Ich bin ein Hersteller von so Grill- und Kaminzubehör und handle mit dem Namen Graf Koks, ja, sehr erfolgreich, habe eine Premium-Marke, bin bisher über den Fachhandel sehr stark vertrieben, kein sehr beratungsintensives Produkt, also durchaus für den Online-Handel geeignet. Wir sind da so im Preisbereich von 100 bis 1000 Euro. Und ich mache also 100 Millionen Euro Innenumsatz. Jetzt bin ich mit Amazon gewachsen in den letzten drei Jahren und glaube, dass ich jetzt dieses Jahr an die 6, 7 Millionen komme, also sozusagen 7 Prozent vom Umsatz, und bin jetzt eingeladen, überhaupt zu diesem Jahresgespräch zu kommen. So, Frage 1. Vendor-Programm oder Seller-Programm? Oder gibt es noch irgendwas dazwischen? Gut, wenn du zum Jahresgespräch eingeladen worden bist, dann bist du ja schon im Vendor-Programm. Aber ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Genau, aber du bist zumindest schon mal jetzt im Vendor-Programm gelistet und über die letzten Jahre unterwegs gewesen. Sonst hättest du die Einladung nicht bekommen. Grundsätzlich die Frage Vendor oder Seller, das ist ein Thema, wo man sehr stark abhängig machen muss, einfach von der eigenen Distributionsstrategie. Distribuiert man jetzt mehrstufig, das heißt, hat man Fachhandelskanäle eben dazwischen, tendiert man eher in Richtung Vendormodell deswegen zu gehen, weil man einfach deutlich mehr Marketingmaßnahmen zur Verfügung stehen hat, um den Sellout zu maximieren. Problem im Vendor-Modell neben den Verhandlungen ist eben auch, dass Amazon die Abgabepreise, wie im Handel halt üblich, selbst festsetzt mit ihren Algorithmen. Der große Vorteil im Marketplace-Modell ist halt, dass man den Preis, den Abgabepreis selber steuern kann. Insofern für Direktvertriebsmodelle à la Vorwerk, Tapperware und Co. ist natürlich so ein Marketplace-Modell obligatorisch, alleine einfach um die Preisstabilität am Markt sicherzustellen. Weil, um das besser zu verstehen, würde ein Direktvertriebsmodell, also jemand, der ohne die Fachhandelsrufung irgendwie auskommt, da gibt es ja auch verschiedene Hersteller, würde das anfangen, an Amazon zu verkaufen, hätte man die Gefahr, dass es jemanden gibt, der den Preis unter meinen Preis oder meinen Marktpreis setzen kann. Da würde es sich also eher lohnen, im Sellout-Programm zu bleiben, also über den Marketplace zu handeln. Ja, in der Regel, sage ich mal, sind diese Marken ja sehr, sehr preisstabil und wollen in den Märkten ihren Abgabepreis stabilisieren. Diese Hoheit gibt man ja in dem Vendor-Modell letzten Endes auf, indem das der Amazon-Algorithmus dann den Preis halt im Optimum, im Preismengen-Optimum festsetzt. Und der kann halt durchaus dann unter dem Hersteller UVP entsprechend liegen und würde so ein Direktvertriebsmodell natürlich dann den Marktpreis dann auch verzerren. Hast du schon mal einen Hersteller getroffen, die eigentlich ein Direktvertriebsmodell haben, trotzdem im Vendor-Programm bei Amazon sind? Nein. Soweit ist schon nieder. Du sagst, das ist für jemanden, der nicht im Direktvertriebsmodell ist, sondern im mehrstufigen Vertrieb, der hat mehr Marketingmöglichkeiten bei Amazon. Da gab es auch in der WhatsApp-Gruppe zumindest die Frage, naja, es gleicht sich ja gerade so ein bisschen an. Auch in dem Marktplatzumfeld hat man mittlerweile mal Marketingmöglichkeiten. Wie betrachtest du das? Du siehst ja auch den einen oder anderen Account mal an. Ist es so, also hat der Marktplatz mittlerweile ähnlich viele Tools zur Verfügung wie der Vendor-Bereich oder sprechen wir hier über verschiedene Hebel, die man ansetzen kann? Also im Wesentlichen, sag ich mal, ist es in der Tat so, dass, sag ich mal, der Marketplace in den letzten Jahren attraktiver wurde, was die Marketingmöglichkeiten angeht, mit Sponsored Products beispielsweise. Aber in der Tat haben wir halt nochmal Status Quo. Wir haben Amazon Marketing Services, was das effizienteste Marketingprogramm auf Amazon in den letzten eineinhalb Jahren, seit deren Launch ist. Letztendlich sind es an den CPOs, also die Cost-Per-Order in den Amazon Marketing Services liegt halt in der Regel deutlich bei unter 10 Prozent. Nur damit die, also die viele Nicht-Händler-Hersteller, die auf Amazon handeln, die auch in den zuhören und zuschauen, nur damit man da so ein bisschen Grip dran bringt. Sponsored Products, das sind eigentlich so diese Produkt-Listing-Ads, sowas wie bei Google auch so Anzeigen sind. Da könnte ich auch, wenn ich Marktplatz-Teilnehmer bin, also wenn ich zum Beispiel ein Fachhändler bin, der Graf Koks-Produkte verkauft, könnte ich dann Anzeigen kaufen für dieses Produkt, was ich auch verkaufe auf Amazon? Also Sponsored Products, das geht in der Tat auch im Marketplace. Hier muss man halt unterscheiden. Mit Sponsored Products kann man letzten Endes immer nur die Sichtbarkeit auf der Produktauswahlseite optimieren. Das heißt, man wird eben einfach weiter oben gerankt. Was mit Sponsored Products eben nicht geht, sind die klassischen Amazon Marketing Services wie Headline Search Ads. Das sind eben diese Sparkles, die direkt unter dem Keyword erscheinen und die sind halt sehr effektiv. Aber für welchen Händler, für welchen Fachhändler, angenommen, du bist jetzt mein Fachhändler von den Graf Koks-Produkten, für welchen Fachhändler macht es denn Sinn, auf dem Marktplatz solche Tools zu nutzen, wenn ich später auf der Artikel-Detail-Seite noch mit anderen Händlern eigentlich um die Buy-Box konkurriere. Gut, das ist ein guter Punkt. Natürlich, das ist auch ein Grund, warum, sage ich mal, in der Regel Händler von klassischen Commodity-Produkten oder Produkten, die eben von mehreren Anbietern distribuiert werden, in der Regel keine solche Marketingmaßnahmen durchführen, weil in der Tat können sie natürlich nie steuern, wer in der Buy-Box ist. Und von solchen Marketingmaßnahmen profitiert letzten Endes der günstigste Anbieter. Auf der Produkt-Detail-Seite. Das ist so. Letzten Endes ist deswegen, sage ich mal, die Marketingmaßnahmen primär ein Thema, wo halt die Hersteller sich drum kümmern. Okay, angenommen, ich bin jetzt in diesem Vendor-Programm, wir reden ja gleich nochmal darüber, ob es nochmal Zwischenstufen gibt. Und jetzt gibt es Amazon Marketing oder Amazon Media Services quasi ein Tool, mit dem ich Geld allokieren kann auf der Amazon-Plattform, um zum Beispiel diesen Banner zu kaufen unter dem Suchfeld oder irgendwelche anderen Werbeformate, wie es ja eigentlich bei Google mittlerweile auch ist. Jetzt hast du gesagt, das ist für dich der mit Abstand effizienteste Kanal, der ja im Seller-Programm nicht zur Verfügung steht, weil der CPO so niedrig hier ist. Jetzt lassen wir das mal ganz kurz durchrechnen, wie komme ich überhaupt auf den CPO. So mein Produkt kostet, nehmen wir mal ein 500 Euro, ein Brutto-Produkt. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich bin jetzt im Grill- und Kaminbereich, den kann ich wahrscheinlich bieten auf das Keyword Grill. Und dann erscheint so ein Produkt oder so ein Banner von mir. Da klickt dann jeder 20. drauf. Der landet dann wahrscheinlich bei mir auf einer Artikel-Detail-Seite oder quasi auf einer Sammlung meiner Produkte. Das kannst du einstellen, genau. Aber wie kommst du dann auf einen günstigen CPO? Also du sagst, es gibt höhere Conversions als bei Google. Lohnt sich das sofort mit dem ersten Kauf? Was denkst du da? Also ein Punkt letztendlich. Also es ist möglich, grundsätzlich in dem AMS-Programm auch auf Brand-Keywords zu targeten. Also in deinem Beispiel mit Graf-Kooks-Produkten würde es sich natürlich dann anbieten, auf Weber-Grill zu targeten in dem Fall. Das erlaubt Amazon. Das erlaubt Amazon. Also der, der das höchste Budget letzten Endes auf das Keyword bietet, bekommt das auch. Und da sind eingeschlossen eben auch Brand-Keywords. Und die CPCs der Keywords, die sind tendenziell deutlich niedriger als Google AdWords. Warum? Weil das AMS-Programm noch deutlich geringer genutzt wird als Google AdWords. Und die Conversion-Rate auf Amazon liegt so im Schnitt bei 4,5 Prozent eben relativ hoch. Und damit wird halt, sag ich mal, kriegt man die meisten Cases... 4,5 Prozent der Leute, die auf meine Produktdetailseite kommen? Kaufen das Produkt über alle Warengruppen hinweg. Okay, das heißt, und da reden wir wahrscheinlich über Klickpreis im Cent-Bereich, noch nicht wie im Euro-Bereich. Genau, da sind wir eher, sag ich mal, im Bereich 10 bis 30 Cent. Okay, das wird sich ja für ein Produkt in der Umsatzgrößenordnung, wie ich es gerade genannt habe, auf jeden Fall lohnen. Warum ist das so? Also warum entwickelt sich da noch kein Markt? Also es wird ja sicherlich auch angenommen, es gibt Graf Koks als Wettbewerber, müssten, wenn die halbwegs schlau sind, nicht an den Marktpreis sich schon ranbieten? Müsste das nicht schon so weit sein? Ja, also es gibt natürlich auch mittlerweile manche Kategorien im Werkzeugbereich, Consumer Electronics Bereich, wo die CPOs auch steigen. Aber letzten Endes ist ein wesentlicher Grund, dass es halt immer noch AMS von der Nutzungsintensität deutlich niedriger ist, wie es im AdWords-Bereich üblich ist. Letzten Endes ist da halt immer noch, sag ich mal, so ein bisschen Goldgräberstimmung, wie bei AdWords in den ersten Monaten und Jahren es der Fall war. Der AMS-Markt ist noch nicht so überlaufend und es gibt halt nach wie vor sehr nischige Kategorien. Und ist das Suchvolumen groß genug? Also könnte Graf Koks jetzt auch mal 100.000 Euro im Monat in solche Werbemittel investieren? Also da in den Regionen, sag ich mal, wird es dann in der Tat schwierig auch, also das Keyword-Budget, ein sechsstelliges Keyword-Budget loszuwerten, auch wenn man ein bisschen breitere Keyword-Groups hat. Das wird teilweise schwierig vom Suchvolumen her, aber im AMS-Budget von 20.000 bis 30.000 Euro sagen wir viel auf Herstellerseite, wo das heute schon nutzen. Und das halt teilweise mit CPOs, die irgendwo zwischen 4 und 13, 14 Prozent liegen. Aber der Großteil CPC unter 10 Prozent. Und das haben wir halt Cross-Channel in keinem Performance-Marketing-Kanal. Ne, das stimmt. Das stimmt. Jetzt ist die Frage, wie ist meine Handelsstrategie hier als Graf Koks? Möchte ich mich abhängig machen von Amazon oder nicht? Aber ich habe jetzt erkannt, ich habe deinen Vorträgen gelauscht, der meiste Umsatz passiert dort, dort ist das große E-Commerce-Wachstum. Und wenn ich nicht da bin, verkaufe ich weniger Grill- und Kaminzubehör. Es stellt sich trotzdem noch die Frage, ist es denn schlau, im Vendor-Programm zu bleiben? Ich werde jetzt eingeladen, und das ist ja auch so ein bisschen der erste Moment bei mir in der Unternehmensgeschichte, dass ich mir darüber richtig strategische Gedanken mache. Möchte ich eigentlich darauf wachsen? Und wenn ich jetzt auf 15, 20 Prozent Umsatzanteil bei Amazon wachse, ist es dann schlau, im Vendor-Programm zu bleiben? Oder gibt es noch irgendwelche Zwischenstufen, bei denen ich möglicherweise noch ein bisschen mehr Handelsspielraum habe? Also für eine Wachstumsstrategie tendenziell macht das Vendor-Programm schon nach wie vor Sinn. Weil man einfach, wenn man den Sellout maximieren möchte, dort die meisten Hebel hat. Auf der anderen Seite hat man natürlich das Thema, man wird von Amazon zunehmend in den Konditionen eben stark verhandelt. Und wenn man dem nicht nachkommt in den Jahresgesprächen, dann droht Amazon eben mit Sichtbarkeitsentzug der Produktdetailseiten oder auch mit Auslistung des Produkts, also sogenannten Crap-Out. Also Crap ist ein Replenishment-Merkmal auf Amazon. Das steht für Cannot Realize Any Profit. Und dann wird der Artikel einfach im Vendor-Programm nicht mehr bestellt. Aber was heißt denn Cannot Realize Any Profit? Das heißt, ich als Hersteller verkaufe werde das Produkt so teuer an Amazon. Und Amazon schafft es quasi nicht auf einem marktgerechten Preis. zu kommen, sodass Amazon merkt, nee, obwohl wir es gelistet haben, kommt da nicht genug Umsatz drüber. Ist das sowas? Also Cannot Realize Any Profit bedeutet aus der Amazon-Sicht, die Profitabilitätskriterien sind nicht erfüllt. Und das ist in der Regel der Fall, wenn Artikel eine Netto-Marge haben, die bei unter 20% liegt aus der Amazon-Sicht. Und ein wesentlicher Treiber dafür ist eben auch der Online-Street-Price. Also Amazon matcht eben auch die Preise mit anderen Third-Party-E-Retailern und Pureplayern im Markt und setzt eben den Abgabepreis, den Online-Street-Price, auf Wettbewerbsniveau fest. Und dadurch kommt natürlich der Deckungsbeitrag aus der Amazon-Sicht unter Druck. Und wenn der dann dauerhaft eben diese 20% unterschreitet, dann fängt an, eben Amazon diesen Artikel automatisiert auszulisten und nicht mehr über das Vendor-Modell zu bestellen. Ist das quasi eine DB1-Kalkulation? Also ist das quasi der Einkaufspreis Amazon versus Netto-VK? Sind das die 20% oder zieht Amazon schon irgendwelche Kosten ab? Ja, die zieht Amazon. Also in diese Crab-Betrachtung gehen in der Tat auch Logistikkosten, Kosten für Kundenservice. Also wenn beispielsweise ein Anruf auf der Amazon-Seite, Beschwerden zum Produkt kommen, werden die ja auch auf das Produkt gebucht und reduzieren eben somit auch den Produktdeckungsbeitrag. Die fließen da schon mit rein. Also eher so eine DB2-Betrachtung. Okay, jetzt sage ich, ich möchte gar nicht meinen Sellout maximieren. Ich bin ja eigentlich ganz glücklich mit einer relativ breit gefächerten Fachhandelslandschaft, die ja auch meine kleinen Community-Events machen, die immer so einen gemeinsamen Kaminabend organisieren, wo dann meine neuesten Kamintüren verkauft werden. Highlight-Produkt bei mir, absolute Rennerartikel. Ich möchte also nicht auf Teufel-Komm-Raus auf 10, 20 Prozent bei Amazon wachsen. Ich bin möglicherweise in meinem Sortiment auch schon relativ dominant, zumindest in Deutschland. Wäre dann quasi voll in dieses Vendor-Programm zu gehen immer noch eine gute Strategie? Oder gibt es was anderes? Naja, also alleine wenn man mal die eigene Profitabilität betrachtet, muss man halt immer berücksichtigen, im Vendor-Modell bezahlt man oder gibt eine Erlösschmälung von 20 bis 25 Prozent als Rechnungs-Sofort-Rabatt ab und dann nochmal additiv 15 bis 30 Prozent als Backend-Kondition. Also wir sprechen irgendwo von 40 bis 50 Prozent Erlösschmälungen, die an Amazon abgegeben werden im Vendor-Modell. Gehen wir in den Marketplace, hat man in den meisten Artikelgruppen eine Provision, die bei 15 Prozent liegt, allerdings auf dem Brutto-Verkaufspreis gerechnet wird. Also mit Mehrwertsteuer sind wir dann irgendwo bei 17,6 Prozent. Und allein wenn man das halt gegenüberstellt, hat man im Marketplace-Modell natürlich eine deutlich höhere Wertschöpfung, geringere Erlösschmälungen und höhere Margen auf seiner Seite. Könnte ich dann zusammenfassen, oder verkürzt sagen, wenn ich meinen Umsatzanteil auf Amazon nicht maximieren will, also wenn mir möglicherweise das Marktwachstum von Amazon eigentlich egal ist, sollte ich mich aus dem Vendor-Programm zurückziehen? Grundsätzlich, also wenn es darum geht, einfach sagen ich mal, Marktanteile nur abzusichern oder visibel zu sein mit seinen Produkten, dann macht es durchaus Sinn, auf den Marketplace zu gehen und den Kanal vollständig selbst zu kontrollieren. Was ich jetzt mittlerweile schon ein paar Mal gesehen habe bei verschiedenen Herstellern ist, es gibt so Firmen, die eigentlich im Sinne der Hersteller dieses Geschäft an Amazon herantragen und damit schützen sich Firmen zumindest mittelfristig vor diesen direkten Jahresgesprächen, obwohl sie hintenrum schon sozusagen direkten Einfluss darauf nehmen, was und wie dort angeboten ist. Ist das für dich ein gängiges Modell, auch ein stabiles Modell? Also im Grunde ist das quasi Vendor-Light, würde ich es mal nennen. Also im Prinzip, sage ich mal, sind diese Broker-Modelle, die halt Markenhersteller dabei unterstützen, über den Marketplace zu distribuieren, ja daraus entstanden, dass viele Marken ein Problem haben, in die Marketplace-Welt deswegen zu gehen, weil sie dort als Verkäufer visibel werden und somit halt eine Wertschöpfungsstufe einnehmen, die eigentlich der Handel ausübt. Um diese Visibilität eben zu vermeiden, werden dann diese Broker eingesetzt, wie ein E-Trader oder ein Trado, die diese Rolle dann halt wahrnehmen und im eigenen Namen, aber unter der Steuerung des Herstellers oder Anbieters, die Ware auf dem Marketplace zu distribuieren. Aber ist das nicht visibel für die anderen Fachhändler? Also wenn man sich diese Kanalkonflikte irgendwie damit vom Hals halten will, dann muss man ja als Fachhändler noch gucken, oh, guck mal, hier ist ein Produkt von Caraf Koks von E-Trader, ja, das ist ja so eine verkappte Hersteller-Geschichte, der verkauft jetzt also doch irgendwie an Amazon. Ist das nicht visibel oder ist dieser Markt noch nicht so weit? Naja, gut, ich meine, diese Broker-Modelle haben am Ende des Tages halt auch mehr Marken im Portfolio und agieren wie ein normaler Händler, sodass es am Ende des Tages, sag ich mal, auch nicht, sag ich mal, so im Fokus steht und letzten Endes ist es kein direktes Angebot eines Markenherstellers auf dem Marktplatz. Es ist halt immer eine Handelsstufe dazwischen und das wird als Kanalkonflikt freundlich eingestuft in der Praxis. Aber die Modelle bekommen natürlich jetzt zunehmend eben Aufwind, vor allem halt durch die entsprechenden Verhandlungssituationen auf der Amazon-Seite und durch die genannten Crap-Out-Situationen, dass Herstellerartikel einfach ausgelistet sind, nicht mehr im Vendor-Modell verfügbar sind und somit der Hersteller halt sich um die Verfügbarkeit seiner Artikel auf Amazon halt kümmern muss und da kann das halt schon eine gute Alternative dann sein, als Backup-Strategie sozusagen. Also es könnte auch sinnvoll sein, beides zu machen? Ja, in jedem Falle, weil, sag ich mal, wenn man als Hersteller nahe am Optimum, also am Margenoptimum aus der Hersteller- oder Anbietersicht operiert, dann hat man halt in der Praxis immer wieder mal Artikel, die rausgecrappt werden, weil ein Crap-Out bedeutet ja auch immer, man hat sein Margenpotenzial voll ausgeschöpft am Ende des Tages. Wenn man nie ein Crap-Out hat, dann verkauft man ja definitiv zu günstig an Amazon. Hier an dieser Stelle nochmal kurz der Hinweis, das, was wir gerade hier mit Markus besprechen im Podcast, findet ihr auch im Whitepaper, kassenzone.de slash Amazon. Das Whitepaper wurde von Faktor A angefertigt und da vertiefen wir genau dieses Thema. Also ladet euch das gerne runter, das ist auch kostenlos. Ja, wie viel, ich habe vielleicht nochmal, bevor wir nochmal in dieses Kondition-Thema einsteigen, was man überhaupt verhandeln kann und wie groß der Spielraum ist. ist, ich habe jetzt, ich habe zum Beispiel 2000 verschiedene Produkte, so, da gibt es quasi jede Saison nochmal so 300 neue, 300 gehen raus und das sinnvoll zu managen bei Amazon. Habe ich bisher ja immer nur in Distributionsmanagement den Typen gehabt, der halt für E-Commerce zuständig ist, also für irgendwelche Outdoor-Händler und auch Amazon war irgendwie da runter. Wie muss ich mich denn jetzt aufstellen, personell und möglicherweise auch technisch, damit ich, wenn ich im Vendor-Modell bleibe und das ein bisschen antreibe, das optimal für mich nutze, also zum Beispiel auch dieses Thema Crap-Out überhaupt mitbekomme. Wahrscheinlich informiert mich Amazon ja noch nicht mal, wenn irgendwas diesen Tag hat, Crap, was ich ein bösartiges Tag finde, sondern ich muss es ja irgendwie checken. Also wie müsste ich mich, jetzt mache ich diese 5 bis 8 Millionen in diesem Jahr, wie viel Personal müsste ich dann eigentlich berücksichtigen? Ja, also in der Tat ist es ein Thema, dass in der Praxis viele diesen Crap-Out gar nicht mitbekommen und sich erst wundern, sag ich mal, dass die Umsätze einbrechen und dann halt feststellen, dass Amazon die Artikel gar nicht mehr ordert und wenn sie dann dem auf den Grund gehen, dann sehen, dass es ein Crap-Artikel ist. Ja, personell, sag ich mal, bei 5 bis 7 Millionen Euro Umsatz muss man auf jeden Fall drei Themenblöcke personell sauber lösen. Eins davon ist das ganze Thema Content und Amazon-spezifische Content-Optimierung und je nachdem, in wie vielen Ländern du halt unterwegs bist, brauchst du halt dafür bis zu fünf Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch für die fünf Amazon-Plattformen in Europa. Können wir über Dienstleister das kaufen? Das kann man über Agenturen einkaufen, in jedem Falle und das macht, sag ich mal, bis zu einer Artikelanzahl, sag ich mal, von 1.500, 2.000 SQs im Sortiment auch durchaus Sinn, das über Dienstleister zu machen, weil das dann erst dann, sag ich mal, so eine Make-Entscheidung, wenn man es ökonomisch rechnet, treffend ist, wenn man bedenkt, dass man dann halt auch Native Speaker in diesen fünf Sprachen halt vorhalten muss. Dann hat man mal die Content-Seite abgedeckt und das ist halt ein Hygienefaktor, um halt als Vendor erfolgreich mitspielen zu können. Ein zweites Element ist das Thema Marketing auf Amazon, also die ganzen Marketing-Maßnahmen muss man erstmal die richtigen für sich identifizieren und dann auch steuern und tracken. Also auch ein AMS ist letzten Endes von der Komplexität so hoch wie klassische SEA, wo es entsprechende Systeme, Ressourcen braucht, die davon auch Know-how haben, idealerweise auch die Sprachkomponente ein Stück weit berücksichtig wird und dann last but not least das Thema Account Handling, was du angesprochen hast, wo dann auch diese Replenishment Codes à la Crap beispielsweise dann auffallen werden. Also man muss die Analytics auf Amazon halt immer im Griff haben, auch Lost Buy Box Monitorings beispielsweise anstellen oder im Vendor-Programm auch das Thema Content Monitoring ist sehr, sehr wichtig, weil einmal eingelisteter Content, der auf Amazon hochgeladen wird, bedeutet natürlich nicht, dass der in drei Monaten immer noch in dieser Form live ist. Warum nicht? Na, weil da in den Backend-Systemen eben immer wieder Fehlerquellen auftreten durch die ständigen Content-Synchronisierungen, Aktualisierungen, fliegen dann schon mal Bullet-Points, Bilder raus oder werden auch Texte adaptiert, auch wenn es eigentlich nicht sein sollte. In der Praxis ist Amazon halt zum Kunden hin sehr, sehr gut optimiert und fehlerarm zum Lieferanten hin ist das schon eine relativ große Baustelle an vielen Stellen. Okay, also sagst du, der eine Mitarbeiter bei mir im Unternehmen, der bisher dieses Jahresgesprächsum dem beigeführt hat und alle zwei Wochen mal in Amazon Analytics schaut, da muss man noch ein bisschen aufbauen. Definitiv, also sag ich mal so in der Größenordnung fünf bis sieben Millionen Euro Umsatz, da spricht man, sag ich mal, schon dann von mindestens drei FTEs, wenn man das einigermaßen adäquat managen möchte und da spricht man jetzt auch noch nicht unbedingt von dem Best-Practice-Ansatz. Gut, bisher gehen wir jetzt zurück zum Jahresgespräch. Ich bin jetzt eingeladen, ich fühle mich natürlich honoriert. Amazon findet mich ja offensichtlich wichtig, ja, aber ich habe schon bei dir so rausgehört, Amazon findet seine eigene Marge da für sich viel wichtiger als eigentlich kein gutes Zeichen zum Jahresgespräch zu kommen. Jetzt bin ich ja ein normaler Hersteller und habe ja bisher die Erfahrung gemacht, dass man ja zusammen mit dem Händler was gemeinsam machen kann und auch was ausdealen kann, was dem allen zugute kommt. Was für Möglichkeiten habe ich denn da? Also über was für Konditionen rede ich denn da überhaupt im Jahresgespräch? Du hast ja gesagt, das eine ist irgendwie Marge, das andere sind so Backend-Konditionen. Wie manifestieren sich denn Backend-Konditionen überhaupt? Was steckt dahinter? Ja, also letzten Endes im Jahresgespräch geht es vordergründig in der Tat um Backend-Konditionen, weil die für den Vendor-Vanager und seine eigene Profitabilitätsbetrachtung am wichtigsten sind und Backend-Konditionen sind letzten Endes nichts anderes wie Jahresend-Konditionen. Da fallen Dinge rein wie Skonto, Bonus, aber auch ein WKZ, Dinge wie Retourenpauschalen werden da verhandelt, die Kosten für einen Brandshop, die Kosten einzelner Marketingmaßnahmen. Was kosten so ein Brandshop? Kann man das pauschal sagen? Der WB hat ja auch einen, jetzt will ich auch einen haben. Genau, also pauschal prozentual liegt es in der Regel so zwischen eineinhalb und vier, fünf Prozent, je nach Umsatzanteil. Jedoch wird da absolut mindestens 50.000 Euro im Jahr dafür genommen. Und nach oben hin, sage ich mal, gibt es eine relativ große Variante. Das ist halt viel Verhandlungsbasis. Wenn man, sage ich mal, berücksichtigt, was bringt ein Brandshop, der Marke im Punkt ist Sellout, dann ist letzten Endes jeder Euro dafür zu viel bezahlt, weil halt 98 Prozent der User auf Amazon gehen über die Suche und nicht über die Navigation. Demzufolge hat ein Brandshop in der Praxis halt keinen Traffic und bringt halt im Punkt Sellout auch keinerlei Uplift. Würde ich das als Vendor-Manager in Analytics sehen? Ja, der Vendor-Manager auf der Amazon-Seite, der sieht das natürlich, dass es nichts bringt, außer natürlich seine Profitabilität zu erhöhen und deswegen wird das ja auch aktiv im Jahresgespräch pushen. Okay, aber sehe ich das als, sehe ich das auf der, sehe ich das mal Mitarbeiter, der das Analytics quasi auf Hersteller-Seite betreut? Im Standard leider nicht, weil das halt die Basis-Reportings, die zeigen halt keinen Produktdetailseiten-Traffic. Da müsste man dann ein sogenanntes ARA Premium, also ARA steht für Amazon Retail Analytics und da gibt es eine Basic-Version, die hat jeder Vendor automatisch und da kann man dann ein Upgrade buchen, das nennt sich dann ARA Premium, kostet aber auch wieder eine Kondition, mindestens ein halbes Prozent, eher in der Praxis so ein Prozent des Jahresumsatzes und damit hat man dann schon erweiterte Informationen auch unter anderem Produktdetailseiten-Traffic. Ansonsten gibt es auch externe Crawling-Analytics-Tools, wo man sowas einigermaßen nachvollziehen kann. Okay, aber diese Backend-Kondition als insbesondere Bereich WKZ, also wie sieht das Gespräch dann aus? Sagt mir dann der Vendor-Manager, der mich jetzt eingeladen hat, wahrscheinlich für mich maximal eine Stunde Zeit hat, so wie du das darstellst, wie stark unter Druck sind, dann bin ich einer von den 30, 40, die der betreut. Was heißt denn das an WKZ? Heißt das, ich hier, Alex, gib mal, wir machen mal zehn Prozent WKZ auf deinen Zieljahresumsatz, ich mache mal 700.000 Euro in irgendwelche Maßnahmen stecken, die Amazon mir so anbietet? Naja, also du kommst ja schon ins Jahresgespräch und hast ja schon ein vorhandenes Kondition-Konstrukt. Du hast ja, sag ich mal, im Worst Case schon deine zehn Prozent WKZ, die bei Amazon im Standard sind, wenn du die nicht nachverhandelt hast am Anfang, dann hast du die schon drinnen stehen und dann... Das ist auch WKZ auf Jahresumsatz? Auf den Jahresumsatz, das ist auf die Net Receipts, also quasi auf den Sell-In-Reihenverkauf netto. Da muss man auch immer ein bisschen aufpassen in den Verträgen, also wir hatten auch schon Fälle, wo sich dann die Back-End-Konditionen nicht auf die Net Receipts, auf den Sell-In bezieht, sondern auf den Sell-Out, das ist dann besonders blöd, weil ja nicht unbedingt sichergestellt ist, dass ihr die Supply Chain, also den Share-of-Vollet, der Umsätze hat, dann zahlt ihr quasi Back-End-Konditionen auch auf die Umsätze, die andere Vendoren von diesen Artikeln reinverkaufen, das wäre blöd. Meine Fachhändler, meinst du? Genau, ja. Das wäre in der Tat ziemlich blöd, ja. Genau, aber alles schon erlebt letzten Endes, wichtig ist aber im Standard, dass sich einfach die Back-End-Konditionen auf die Net Receipts beziehen und das sind die Reihenverkäufe netto. Bin ich hier schon in der Größenordnung, bei dem ich so einen, wie nennt sich das, diesen SVS, also so einen Mitarbeiter bei Amazon, mir schon buchen kann? Ja, also in der Kategorie würde ich sagen, da kann man über einen SVS nachdenken. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wer das eigentlich ist, was der macht? Genau, also ein SVS steht für... Kommt der auch zur Firmenfeier von Graf Koksgrill? Je nachdem, wenn du ihn einlädst und gut betreust, dann wird er wahrscheinlich auch zu deiner Firmenfeier kommen, musst du ihm die Reisekosten dann erstatten. SVS steht für Strategic Vendor Services und ist letzten Endes nichts anderes wie ein Funded Head auf der Amazon-Seite und den die Marke bezahlt. Und das geht los, sage ich mal, ein halber SVS kostet 90.000 Euro, ein ganzer SVS kostet 180.000 Euro pro Jahr. Ein ganzer SVS bedeutet nicht, dass du den exklusiv für Graf Koks hast, sondern der betreut halt vier bis acht Marken insgesamt. Und vier bis acht Marken auch jeweils ganz, das scheint ja ein sehr profitabel Mitarbeiter zu sein für Amazon. Ja, in jedem Falle, in jedem Falle. Also die teilen sich diesen SVS und je nachdem, sage ich mal, wie du den dann operativ bespielst, wird er dann halt einen gewissen Anteil seiner Zeit halt in deine Marke investieren. In jedem Falle ist, sage ich mal, diese SVS sind Junior-Vendor-Manager, in der Regel halt temporär befristet geheierte Mitarbeiter, die einen Zwei-Jahres-Vertrag haben, in München und relativ neu bei Amazon dabei sind. Also es gibt sicherlich, sage ich mal, effizientere Möglichkeiten, sage ich mal, Amazon zu steuern oder, sage ich mal, auch das Budget zu investieren als ein SVS. Was schätzt du aus deiner Erfahrung, wie viele SVS es da wohl so in München gibt, die für Händler oder für Hersteller arbeiten? Hunderte, weil, sage ich mal, die großen Brands... Alleine in Deutschland Hunderte? Ja, weil die großen Brands letzten Endes SVS sehr häufig einsetzen. Aus dem Grund, sage ich mal, weil ja klassisch ein Key-Account-Manager ist es ja nicht gewohnt, Content-Management, Marketing-Maßnahmen auf so einer operativen Ebene zu steuern, wie es Amazon erfordert. Und dann, sage ich mal, die Betreuung von dem Amazon ist ja auch für den Key-Accounter der Marke ein extremer Pain. Und der SVS, der trägt natürlich dazu bei, einfach gewisse Arbeiten abzunehmen. Und da ja, sage ich mal, im B2B-Umfeld die meisten Key-Account-Anhin ihr eigenes Geld ausgeben, ist das ja erstmal willkommen. Und da, in jedem Falle, sind da Hunderte im Einsatz. Also da habe ich quasi ganz, ganz verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten für die WKZ, die mir dann angeboten werden. Aber ich muss dann ja... Kann ich mich irgendwie vorbereiten auf das Gespräch oder gehe ich da einfach nur mit meinen Jahreszahlen rein und sage, ich will 20% wachsen und gucke mir dann mal an, was mir Amazon anbietet. Also in jedem Fall kann man sich vorbereiten und, sage ich mal, die eigenen Zahlen wirklich sauber aufbereiten, seine eigenen Retourenquoten kennen, auch immer sich überlegen, sage ich mal, was ist der Business Case in der Zusammenarbeit mit Amazon? Was möchte man erreichen? Wie stark möchte man wachsen? Wichtig ist auch, dass man seine eigenen Marktanteile kennt und weiß, welche Relevanz man überhaupt hat auf der Amazon-Seite und wie wichtig man für den Vendor-Manager letzten Endes ist. Und auch, sage ich mal, für die Allokation der Marketing-Maßnahmen ist sehr wichtig, auch wie viel Potenzial ist da überhaupt zu holen. Also es ist schon eine sehr quantitative Vorbereitung, die da notwendig ist, weil letzten Endes der einzige Sinn und Zweck... Könnte ich meinen Musterkoffer mitbringen? Kann ich meine, die neueste Grill-Generation und Kamin-Zubürger-Generation einfach mal zeigen? Ja, das wird schwierig in München, weil das schon beim Einlass letzten Endes darf man keine Gegenstände dieser Art überhaupt mitbringen, weil du an der Drehtür wahrscheinlich dann ausgefiltert wirst unten im Erdgeschoss, wenn du in der Marcel-Breuer-Straße reinläufst. Okay, also kein Musterkoffer. Muster sind bei Amazon eher unerwünscht, weil es wird das Vollsortiment grundsätzlich eingelistet und es interessiert sich letzten Endes keiner für detaillierte Produkte oder Neuheiten in dem Sinn. Wir haben schon fast 40 Minuten gequatscht und aufgrund der engen Flugpläne heute, wir sitzen hier gerade am Flughafen Hamburg im Hotel, müssen wir das Thema, was gibt es noch für Vertragskonditionen, die man verhandeln kann, wie sieht es im Detail aus und wie sieht es eigentlich aus, wenn ich sage, nee, lieber Vendor-Manager, finde ich alles scheiße, ich habe da keinen Bock mitzumachen, wie sehen denn solche Sanktionsmodelle aus und wie drückt sich das im Umsatz aus? Außerdem fehlen noch ungefähr 100 Fragen aus der WhatsApp-Gruppe, die ich nicht gestellt habe, das müssen wir auf jeden Fall nochmal nachholen, im zweiten, dritten und wahrscheinlich auch vierten Teil. An dieser Stelle schon mal erstmal vielen Dank. Ja, sehr gerne. Sehr, sehr ausschlussreich, sind alle wieder eingeladen, in der WhatsApp-Gruppe noch Fragen nachzustellen. Ich stelle auch mal ein, zwei Charts von dir, die du auch auf der K5 gezeigt hast, schon mal den Beitrag für diesen ersten Podcast und freue mich jetzt schon auf Teil 2. Ja, gerne, freue mich auch, danke allen. Das war es schon mit Ausgabe 1 zum Amazon-Podcast mit Markus. Wir werden noch 2, 3, vielleicht auch 4 weitere Teile aufnehmen. Es gibt noch ganz viele offene Fragen aus der WhatsApp-Gruppe und aus anderen Kanälen wurden mir auch noch Fragen zugetragen. Das Thema Sanktionierungsmöglichkeiten und Vertragsstrategien, da müssen wir noch deutlich tiefer reingehen. Ihr könnt mir da weiterhin Fragen schicken und in der Zwischenzeit wäre es total cool, wenn ihr diesen Podcast auf iTunes bewertet und natürlich auch für diejenigen, die das E-Commerce-Buch schon gelesen und gekauft haben, das bei Amazon bewerten. Auch diejenigen, die es noch nicht gelesen haben, können das natürlich auch bewerten. Das ist, glaube ich, noch möglich bei Amazon und solange das noch nicht verboten ist, macht das einfach. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.